Das Bekenntnis Jesu vor dem Hohen Rat Die hohe Priester und der ganze hohe Rat bemühten sich um falsche Zeugenaussagen gegen Jesus, um ihn zum Tod verurteilen zu können? Obwohl viele falsche Zeugen auftraten. Bitte ergänzen. Antwort Sie fanden aber nichts. Das Bekenntnis Jesu vor dem Hohen Rat Nach der Verhaftung führte man Jesus zum hohe Priester Kajafas, bei dem sich die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt hatten. Petrus folgte Jesus von weitem bis zum Hof des Hohen Priesters, er ging in den Hof hinein und setzte sich zu den Dienern, um zu sehen, wie alles ausgehen würde. Die hohe Priester und der ganze hohe Rat bemühten sich um falsche Zeugenaussagen gegen Jesus, um ihn zum Tod verurteilen zu können. Sie fanden aber nichts, obwohl viele falsche Zeugen auftraten. Zuletzt kamen zwei Männer. Und behaupteten, er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Da stand der hohe Priester auf und fragte Jesus, willst du nichts sagen zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen? Jesus aber schwieg. Darauf sagte der hohe Priester zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, sag uns, bist du der Christus, der Sohn Gottes? Jesus antwortete, du hast es gesagt. Doch ich erkläre euch, von nun an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriss der hohe Priester sein Gewand und rief, er hat Gott gelästert. Wozu brauchen wir noch Zeugen? Jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Sie antworteten, er ist des Todes schuldig. Dann spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn. Andere ohrfeigten ihn. Und riefen, Christus, du bist doch ein Prophet, sag uns, wer hat dich geschlagen? Und dann spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn. Und dann spuckten sie ihm ins Gesicht. Und dann spuckten sie ihm ins Gesicht.